Musik Hab dich im Traum gesehen, es war so wunderschön in einem weißen Hochzeitskleid. Mein Herz schlägt nur für dich, glaub mir ich brauche dich und hoffe es ist bald so weit. Komm mit ins Wunderland, es liegt in deiner Hand, sei einfach froh und wünsch dir was. Wir schauen zum Himmel, schärmte Mädchen, träumen gern und mit dir macht's den größten Spaß. Glück muss man erst finden, Tränen überwinden, dann läuft mit hell der goldene Ring. Manchmal muss man warten, bis im Rosengarten alle Blumen blühen. Mein Traum fliegt zu dir hin, so wie ein Schmetterling und bringt dir dieses Lied. Es singt von Bending Feature auf die Melodie, sie sagt dir, ich vergesse dich nie. Es singt von Bending Feature auf die Melodie, sie sagt dir, ich vergesse dich nie. Bending Feature auf die Melodie, sie sagt dir, ich vergesse dich nicht. Sind doch einige gekommen. Hm? Mein Lisa. Wer hat denn diese Himmelsglöckchen? Der Braut und Bräutigam. Was sind die haben? Die hat mir nie jemand gegeben. Sie steht seitlich, da wo die Uhr runterläuft, da ist so eine Glocke. Oder so ein Teil, wo du drauf zurückkönntest. So, hab ich jetzt gemacht. Aber Lisa noch nicht. Ja. Du wartet noch auf jemanden, wenn ich richtig verstehe, oder? Ja. Ja, es geht gleich los. Jetzt geht's los. Warum bist du so dreckig im Gesicht? So schlampft, so krank. Hatte sie ja schon vorher. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Lisa spielt halt Tom Brider. Irgendwie sieht das komisch aus. Er im Smoking und sie. Ja, alles passt. Im Outfit. Der Typ ist aber neu. Welcher Typ? Äh, der Typ im Weißen Overroll. Den haben sie neu eingefügt in der Hochzeitszeremonie. Doch, vorher waren das nur Mogel. Nee, das kannst du wählen. Du hast den Friester, den Mogel und so eine Tussi. Ach so. Sind dann drei verschiedene Zeremonie. Das ist eher der Ernste. Der Mogri ist der Verspielte und die Tuss weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hab bisher immer nur die Moris gesehen. Ja, weil die auch witzig sind. Für Lisa sah gerade eben so aus als so, hm, soll ich oder soll ich nicht. Ja, die Braut macht einem nur Sorgen. Warum? Weil es zu lange gedauert hat. Das war Absicht. Das muss ein großer Auftritt sein. Ja, eben. Was ist denn mit Steini los? Ja, der feiert mit. Haut die ganze Zeit zu. Wirkt das, als wäre der Großteil AFK. Meinsch? Ich glaub net. Jetzt tut sich wenigstens was. Hochzeiten sind anstrengend. Ach, Quatsch net. Party, Party, Party. Schöne Augenfarbe. Lisa. Was ich so schnell machen konnte. Ich brauch da immer Ewigkeiten, bis alles passt. Ah ja, weißt du, was jetzt noch fehlt? Hm? Nachdem die beiden unterschrieben haben, der Handshake. Vertrag besiegelt. Ja, genau. Das wirkt gerade so wie eine arrangierte Hochzeit. Wir stehen ja auch mit einem Riesenabstand zueinander. Ah. Jetzt sind sie auf Kuschelkurs. Genau. Lisa hat schon mal die Schatzküste rausgeholt. Ja, jetzt hat sie ihr Schenk bekommen. Ach, du Schande. Oder? So sieht das Outfit doch gut aus. Fast zueinander. Die Hose sieht nur ein bisschen komischer aus. Es gibt, sagen wir mal, ich hab nichts anderes gefunden. Ich fand's irgendwie lustig. Und so zu Ofen. So, Ofos haben wir eigentlich. Mein Halsband hatte ich auch an. Fehlt nur noch die Kette. Ach, du liebe Zeit, ein Halsband. Tatsache. Irgendwie war, aber unbewusst. Hauptsache die Braut ist zufrieden mit der Hochzeit. Batman schon abgeholt. Ja, zum FC raus. Aber ihr müsst doch vorne euren Auftrag beenden, oder? Och, das wusste ich nicht. Komm wieder. Benutzt den Ring. Der ist cool. Was macht der? Bringt der mich direkt zur Braut, oder wie? Genau. Kannst du auch in Golden Sorsa. Kannst du gut mit Cheaten. Wenn deine Frau es zuerst nach oben schaffst, kannst du dich in der Erde teleportieren. Okay.